Hallihallo Hallöschen liebe Rambazamba TV Freunde, schön dass ihr wieder dabei seid in unserem Videodeal und zwar haben wir heute einen alten Bekannten und ja von was wir sprechen werdet ihr gleich sehen. Wir werden hier wieder mal unsere Paletten packen. Da wisst ihr genau von was wir sprechen. Unseren Überraschungs-Deal. Da brauchen wir glaube ich nicht viel zu zu sagen. So sehen sie aus. Ihr wisst was die Sache ist. Sieben Pakete packen die in ein Paket rein und dann kann alles drin sein oder nichts. Es kann auch nichts drin sein. Es kann im Prinzip vom Handy über Textilien, über Schuhe, da kann alles drin sein. Alles. Das kann eine Tüte Mist drin sein, es kann aber auch ein Goldklumpen drin sein. Das ist alles eine Goldgrieberstimmung, also ein Goldklumpen nicht, aber alles mögliche kann da drin sein. So sehen sie aus. Das sieht wieder nach Elektro-Handy aus. Da bin ich ja schon wieder gebildet, das Ganze zu halten. Machen wir aber nicht. Also wir haben wieder sechs Paletten da. So sieht es aus. 1 zu 1, 2, 7,5 Paletten. So kriegt ihr sie. Und wir suchen euch, wie gesagt, sieben Stück raus. Wir suchen nicht raus. Wir nehmen sie einfach weg. Einfach hier, steck sieben, der Reihe nach rein. Sieben Stück der Reihe nach rein. Was drin ist, ist drin. Garantieren tun wir gar nichts. Wenn ihr das kauft, seid ihr mit allen Begebenheiten einverstanden, was immer da drin ist. Also, oben, unten, hinten, vorne klicken. Der Preis war 27, 27 kann das sein. Für sieben Teile, manchmal machen wir auch acht oder neun rein. Wir schmeißen in die Kiste und Abfahrt. Oben, unten, hinten, vorne klicken. Wenn weg, dann weg. Überraschungsstil.